Wir stehen heute auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes des Zweckverbandes Unterbacher See und hinter uns liegen 312 Quadratmeter Photovoltaikanlage. Und die produziert ungefähr 50.000 Kilowattstunden pro Jahr. Damit kann man ungefähr 15 4-Personen-Haushalte mit Strom versorgen. Aber dieses gesamte Gebäude, das ist damit auch autark mit Strom versorgt. Und diese Anlage wird zur Hochsaison hin, und das ist im Sommer, natürlich den meisten Strom produzieren. Und damit können wir ganz wunderbar den aktiven Klimaschutz, den diese Anlage ja bringt, mit dem Freizeitvergnügen für die Menschen hier vor Ort kombinieren. Das ist sozusagen eine Win-Win-Situation für Mensch und Umwelt. Also in den Prozent, die ungefähr ein Sechstel des Strombedarfs, der hier gedeckt werden kann, durch die Solarpanels, kann das Verwaltungsgebäude praktisch autonom betrieben werden. Gerade im Winter, wenn auch dann die Sonne scheint, ist das super. Und im Sommer, wenn dann die Sonne richtig rauskommt, hoffentlich, dann können unsere Solarboote betrieben werden. Wir haben ja ein Panoramaboot, ein Partyboot, mit dem sie Touren um den See machen können. Die werden dadurch betrieben. Alle unsere Seeaufsichtsboote werden elektrobetrieben, die werden dadurch geladen. Und natürlich ein Teil der Campingplätze und das beliebte Seerestaurant.